Hallo zu. Danke, danke, danke und danke auch für dein Feedback. Danke an alle Menschen, mit denen ich bis jetzt privat und beruflich zu tun haben durfte. Danke euch alle, die vielen Fragen und die dadurch erlangten Erfahrungen, durch dies ist dieses Buch entstanden. Durch die vielen Gespräche und immer wiederkehrenden Themen sind hier durch diese Kapitel entstanden. Danke auch an dich für den Erwerb dieses Buches. Durch deine Unterstützung darf ich noch viele Menschen in und durch das Internet begleiten. Danke auch an dein Feedback. Da sich im Internet täglich alles erweitert und verändert, bin ich immer sehr um Aktualisierung bemüht. Es kommt auch vor, dass mal etwas überhaupt nicht mehr funktioniert oder vielleicht in einer Stunde wieder so flexibel und variabel wie der Mensch ist auch das Internet. Da ich auch nur ein Mensch bin, gelingt dies natürlich nicht immer für jeden zur vollsten Zufriedenheit. Bitte nimm einfach Kontakt mit mir auf, am liebsten per Mail oder eine Textnachricht und ich werde schnellstmöglich für Erweiterungen und Verbesserungen sorgen. Solltest du Detailfragen haben, stehe ich dir natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Und natürlich mein Lieblingssatz. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten. Oder noch besser, sie mir einfach per E-Mail mitteilen. Danke dir. Und dann contact ganz herzlich MLP-A, dass er das wir nie vorher bekle interesse und